Die Welt hat ewig gewartet. Dann haben wir noch länger gewartet. Aber jetzt versprechen wir... Das wird der krasseste Scheiß seit langem. Das Warten hat ein Ende. Hallo, ich bin Johnny Knoxville. Willkommen bei Jackass. Sag ihm, wir drehen jetzt. Wenn Sie uns heute vertrauen, auf die Toilette zu gehen, sind Sie wirklich noch schlechter gestreckt, als ich dachte. Selbst während der Pandemie jagt Ihnen auch Leute in die Luft. Das ist das Leben nicht schon schwer genug. Der Junge ist voll übelst krass drauf. Echt, Leute? Ich liebe dich, Alter. Das war krank. Aha, Mann. Ich bin bei Jackass. Das ist eine Texas-Klappe, Schlange. Ist die giftig? Francis schlägt harter als jeder andere MMA-Schwergewichtler. Ich habe Aaron gesagt, es wäre ein Leichtgewicht. Das ist doch kein verfluchtes Leichtgewicht. Was erzählen wir denn da? Hilfe! Mein Hintern! Wir setzen uns zusammen, Hank. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Alter, du hast gesagt, das würde gar nicht wehtun. Ich brauche dich, um auf Grandpa aufzupassen. Achte darauf, dass ihr nicht raucht. Oh Gott! Oh mein Gott! Wir sind keine verfluchten NASA-Wissenschaftler. Machen Sie mir einen Cold Brew? Ja, klar. Danke. Machst du ihm einen richtigen Kaffee, Stephanie? Hier, ich habe dir noch einen gemacht. Ich finde, wir sind mehr als fertig. Wir sind durch. Macht einen Haken! Wir sind fertig. Oh Gott! Oh Gott!